What happens when life breaks down? When there is systemic contradiction? Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Gestern hatten wir einen Ausflug. Ich muss die Nummer überspringen. Der Film ist gemacht, aber es gibt zu viele Hinweise, wo das ist. Und ich habe eben das Paradies gefilmt. Weil sonst wissen wir ja wo es ist. Und wir lassen das jetzt überspringen. Einfach mal eine Nummer. Was ich flogen soll, und zwar auf Telegram. Das ist eine ganz gute App. Und da haben wir die Challenge für dich. Dreh ein Video über eure Home-Activities Corona Edition frei. Nach dem Motto Paris Hilton. Das Video schaue ich jetzt definitiv nicht an. Also ja eben. Dann lieber Stein at home. Also wirklich. Und eben, ihr seht es ja da. Es ist ja etwas los bei uns. Es ist ja nicht so, dass wir da Ferien machen oder so. Alles, oder? Die habe ich einscannt mit dem iPad und dem Scanner und so. Und habe die 3D ausgedruckt. Mit dem Hebel und allem drum und dran. Think of what it is when God himself puts his arms around you. And says... Die Löcher gemacht, oder? Also 34 Ringe, runde Löcher. Jetzt ist fertig am Star. Also die habe ich jetzt wirklich abgeschraubt. Die gehen jetzt ins Alt-Metall. Also die sind natürlich viel besser, als M-Star je warst. Ich habe keine Reklamationen, nicht. Das M-Star nicht geht. Den verkaufen wir halt original, oder? Und jetzt hier. Das ist jetzt so ein Drum. Das ist ein ganz spezieller Artikel. Das gibt es meistens nicht von der Recycle. Das habe ich jetzt von der OVA, oder? Also wenn du so etwas brauchst, kannst du gerade sparen, oder? Gerade die Hälfte sparen. Das sind die Fall sehr gut. Keine Reklamationen, nicht. So ein Versandhölzer ist jetzt aus Versehen gekommen, weil immer wenn ich etwas raus suche für einen Hoffer, dann tue ich mir das geschwind in den Warenkorb, oder? Dass ich es wieder finde, dass ich noch weiss, welcher Artikel das war. Und dann, wenn jemand andere Bestellung macht, und das nicht weiss, und nicht fragt, und so. Und dann ist es halt durch. Also... Die Versandhölzer ist für den Wettbewerb da, für Computerposter. Also könnte man als Computerposter beginnen, gell? Und das wäre es auch schon gewesen. Danke fürs Zuschauen. Bis gleich. Tschüss zusammen. Abonnieren nicht vergessen, gell? Danke schön. Es geht weiter, he? Ja, leider. Ja, leider. Nach 200 Metern. Rechts in den Verschiffen. Abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. Jetzt rechts abbiegen. rechts abbiegen.